Und herzlich Willkommen zu einer neuen Part von Batman Arkham City, I'm the Plane of the Goodkill Error Und jetzt gehen wir hier mal Okay Na wo bin ich? Mein Gott ich liebe es Und Und ich bin weg What the fuck, habe ich das schon gehabt, dieses Bild? Ja, ich glaube schon Ja, already solved Okay, ja, äh, ja Ich würde sagen, jetzt gehen wir einfach mal zu Joker hinein Und ich weiß auch noch genau, wo ich da hin was Na gut, ähm Das war es Nein 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 Ah, nein Okay Okay, was haben wir hier noch in Riddler Kampf Sachen Na, das mache ich noch irgendwann mal zwischendurch Äh, das kommt auch noch Kampf 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 See him? I'll cover the door What? I'll see him over here I'm sure of it Wuhu Ja Das war's aber auch schon Und wieder einer ausgeschaltet Oh my god So So Okay, wir haben hier noch vier Leute Hallo Hier ist Johnny Okay Weeeee Boah, ich bin so gut Oh, ich bin so gut Ich bin so gut Ja, musst du Also Ich habe eine Syringe von meinem Blut in seinem Neck Und ich bin halb tot Was ist deine Entschuldigung? Ja Hätte er mich nicht für seine Heilung gebraucht Hätte er mich wahrscheinlich gar nicht erst irgendwie Wie soll ich sagen Äh, hätte er mich wahrscheinlich auch Gleich getötet So, okay Äh, nein Könnte ein Catwoman langsam upgraden Ach, warum nicht Das haben wir trotzdem noch nicht Mein Gott, wird schon kommen Äh, ja Ich würde sagen, wir nehmen den Hintereingang Klopf, klopf Wer ist da? Batman Oh, man Whatever You know anything about Protocol 10? Sounds scary Yeah, I was on the phone with Professor Strange yesterday And he told me what it is Really? What is it? You're as stupid as you look Why would I be calling the guy who runs this place? I thought he called you Don't talk to me Just stand still and try not to fall over Understand? Look out, it's the bat Bäm Was hab ich ihm jetzt gemacht? Hab ich ihn seine Nieren geschlagen? Naja Und eine weitere Packung Titan Was ist das? Ja, das mach ich dann noch Bäm Ach komm Na gut, dann waren wir es halt auf die Weise Ist echt schlimm Hm, was ist denn? Wir haben da mal hier in Ruhe Logical Passwort akzeptiert Checken wir mal da oben Eine zerbrechliche Wand Ähm Ich hab ihn einfach anmachen sollen All right Komm 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 Ich habe gerade gehört von meinem Vater. Er wurde in die Stadt geöffnet. Strange ist, dass die Protokoll 10-Emergenheit 10 aktiviert werden. Gordon weiß, was die Protokoll 10 ist? Es ist nur das, dass es die Beschäftigungsmöglichkeit ist. Strange hat die High-Counsel gesagt, dass er nicht verletzt, dass er die Verwendung des illegalen Weapons in der Kirche hat. Weapons, die er hat. Das war seine Planung all along. Woho. Okay. Ja, vielleicht Zaubermittel. Quinn hat mir sogar eine Frau verletzt, um eine Klinik zu finden. Was hat sie gesagt? Nach dem Moment, dass sie sterben, sagte sie, dass es keine Klinik gab. Nach dem? Nicht so viel. Wer weiß. Er ist zurück. Der Joker ist zurück. Mir geht's gut. Mir geht's gut. Okay. Dann schwingen wir jetzt aber mal rüber, ohne Zwischenfälle. Uh. Hm. Aber da, dass... Irgendwie, äh, da, dass er halt... Batman confronts the penguin. Okay, aber diesmal... Wuuuuh. Hallo. Ah, komm. Und... Bäm, bäm. Und, bäm, bäm. Brech mir eben meine Beine. Und dein Gesicht. Oh. Wolltest du mich anschießen? Wolltest du mich... Wartet, wartet, wartet. Okay. Oh mein Gott, du geht's gut. Was? Okay. Hä, das ist alles passiert auf Lost. Back, back for the Lord. Now arm yourself, boys. We've got a prison break to plan. No hostages, no surrender. I know, it sounds like suicide. But listen. Whatever happens, I'll be right behind you. Okay. Na, das mit dem Warum ist... Er hat's in einer Kirche beendet. Das passiert auch. The Joker is winning. You and your boss are losing. Now, we want the Joker to keep winning. So you're gonna tell us everything we need to know about Two-Face's plans. Look out, it's Batman! M. And for Batman, of course, I'll help him. Du versuchst jetzt aber nicht gegen mich zu kämpfen, oder? Lall. Warum tust du das, Kollege? Ich hab dich grad gerettet. Und ich hab grad zwei Typen verprügelt. Wieso glaubst du auch nur an hier und du das alleine in der Schauze gegen mich? Okay, ich baue das Strom. Okay, ich baue das Strom. Verstehe ich nicht. Wer war so, dass hier irgendwo... Okay. Also nur sicher und den einen im Zug wieder zurückkehren. Ach, komm schon. Ich krieg das hin, Leute. Ich krieg das noch hin. Ja, so natürlich nicht. Ach ja. Wow. Ja, das war dumm von mir. Ich hab grad irgendwie... Ich muss echt unten durch. Ja, ich muss echt unten durch. Hallo, Batman. Hallo, Batarang. Ich wollte es mir so verarschen, oder? Einmal probiere ich es noch. Okay. Oder ich plan B. Komm, zieh ihn. Mein Gott. Sei ein Batman und keine Bitch. Oh Gott. Ich habe in die Kanzel CCTV-Kanzel. Die Kanzel sind zurück. Sie sehen nicht glücklich. Sie sagen Strang, dass sie ihn nicht verabschieden haben. Sie haben nie gedacht, dass Protokoll 10 nicht aktiv werden. Aber sie haben ihn gefordert, nicht wahr? Guten Abend. Protokoll 10 wird in 30 Minuten beginnen. Sie haben alle bestimmte Ordnungen für diese Situation. Ach, kommt schon. Oh, super. Welches Start zieht er sich rauf? Gott sei Dank. Endlich denkt er mal mit, unser Brucey. Oh. Da sehen wir ja was. Wow, das war knapp. So, no. Ah, okay. Das nimmt aber auch schon mal ein bisschen Arbeit ab, weil ich hab jetzt gleich mal... Ah, okay. Das ist logisch. Egal, das meint er noch mal auf Screen. Keine Ahnung. Also, Einbruch in die Stahl... Oh. Fast. Kommt schon. Wie Batman. Jetzt ziehen wir uns mal rüber. Also gut, soweit ich das verstanden habe... Weil Hugo Strange hier mit seinem Protocol 10... ...hat da darauf hinabgesehen. Also, auch mit den ganzen Waffen... ...war alles geplant. Jeder einzelne Schritt. Bam! Ziehen wir uns auch ein bisschen weiter näher. Also, wir sehen uns im nächsten Part wieder von Batman Arkham City. Ich bin Creative Kingdom und ich sage Bye. 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 Bye.